hallo es geht weiter mit replay nummer weiß ich nicht nummer fünf mittlerweile es ist ein oder sechs ich bin mir nicht mehr sicher deluxe im tvt auf mondsüchtig gegen den hirnmixer oh mein gott das wird ein spiel der extra klasse ich kann es euch verraten so mal kurz gucken wie es aussieht welche nummer dieses replay ja dass die fielte das ist für heute so was ist denn das hier 11 1 nee das ist das fünfte ist hat hier zeichen hier gemacht ach so das ist das hier ja das fünfte replay für heute das ist natürlich richtig geil herrkundex ist auch da fotzen einen resub für zwei monate dann ist ja jeder wahnsinn jung wie die kohlen rein sprießen das ist einfach also ich kann mittlerweile bald ferrari fahren und täglich im besten fresstempel der stadt speisen und dinieren ja unten links deluxe mit einem frühen doppelgas gegen den terra hirnmixer der hat noch kein gas gebaut dafür ja schon schön den wall in anbauen aha deluxe mit einem frühen doppelgas factory incoming fast 50 zuschauer bei biblia wenn sie das ist gut morgen 19 uhr am donnerstag go for c2 also quasi morgen in einer stunde ja wieder die proxy factory auf dieser map ist einmal seine standard taktik hier richtig gut hier dann müsste auch gleich mal hier ein bisschen der orbital ausklappen und dann kann die losgehen warum nimmt er die jetzt alle wieder raus hat die minister muss doch noch abgeben vorher man sie haben sechs euro von sebastian b erhalten heute läuft es aber wieder meine herren dann sind wir hier plus sechs bei 31 für heute das geht richtig geil aus dem häuschen meine damen und herren ich mach mal kurz die auf pause und ich trage das hier gleich ein damit ich es nicht vergesse sebastian b punkt vielen vielen dank auch an sebastian b er ist ein geiler macker und er hat einfach es verdient erwähnt zu werden so factory star mine ist im bau hier drüben schon schön das tc auch hier die marines aufgestellt damit ihr eventuell der repo oder so nicht vorbeikommt aber er denkt nicht daran dass er hier durchs hintertürchen ja auch gebumst werden kann das vergessen auch die girls öfter dass das auch hinten rum geht aber das geht sogar sehr gut wenn man da ein bisschen den schleim von hinten von vorne nach hinten rüber schmiert oder mal ein bisschen dran trotzt dann flutscht das eigentlich ganz gut so jetzt kommt die die mine angerast ein kill weiß nicht so der hit und er denkt sich so ach stelle ich aber noch einen vierten marine geändert ist das schon ausreichend den maxim hat den vorknopf gefunden wie gesagt alle alarme sind an wenn ihr den donation button über twitch benutzt mit dem text to speech das ist alles an subscribe alarm follow alarm donation alarm alles andere hier kommt noch mal vorbei ich habe noch was für dich mitgebracht ja und du gehe ich einfach da unten in ja unten mittlerweile auch cc ausgeklappt ist dem gleich fertig und auf der anderen seite gibt es schilder first beim hirnmixer ja muss erstmal warten auf dem scannen jetzt könnt ihr scannen ja schade und da kommt schon die nächste angeschlichen hallo ja macht das ist aber auch super nervig oder wenn im early game schon die ganze zeit ich würde jetzt überall schön verteilen die beiden damit das schön tools bauen muss minen scannen muss und alles denn die kann ja hier kommen man soll der geiz ja schon 3 ist die wies insgesamt 100 zu 450 in der menge marines down gegangen auch hier konnte autos leider zu weit weg jetzt werde mal hinten die lage checken ich habe ein riesen auto aus dem hinten rum schieße ich aus meinem anal bereich so eine riesen rakete raus so wie ich hier schieb doch mal rein ein bisschen weiter nach oben halte lücks unten schon wieder schön hier stimmt durch schilder gleich durch ja haupt die buden laufen 1 1 upgrades laufen ja der hirnmixer kriegt ja ordentlich die die fresse zerlegt jetzt gehe ich auf die rampe die factory steht hier immer noch toll kann ich nicht ausbuddeln gegen den tank oh ein raven schade jetzt würde ich die noch mal schnell ausbuddeln und hier hin genau da sind ja noch ein paar rote 11 kills was kommt jetzt hier ein kleiner drop also das macht er schon gut ja das ist super nervig ich meine er macht natürlich auch ein bisschen ungeschickt der hirnmixer hier er kriegt ja richtig den allerwertesten zerbröselt jetzt schießt er sich sogar die eigene mine noch kaputt weil er denkt aha wenn du es nicht machst dann mache ich es halt ja unten muss man sagen drittes tc gestartet weiteres gas gestartet hier alles am laufe die hier die luken laden alles nach ja hier ein panzer aber da rennt er einfach da habe ich einfach ein da droppe ich drauf auf den da der eine verteidigungs lui der macht doch gar nichts macht er doch wenn man einfach erschossen ja bei mechster das denn von dem panzer ist natürlich nicht so geil ja noch eine benji schießt mir das eigene haus kaputt gar kein problem denkt sich hier der hirnmixer der hier ordentlich durchgedreht wird jetzt kommt die benji hier nochmal klug und jetzt wieder schön auf den tanken drop doch ist das ein träumchen aber die benji regelt dann natürlich ja wie sieht's aus immer noch ganz gute 36 stv ist aber doch schon richtig viel verloren hier 27 zu 0 der worker kill und die factory ich brauche auch ein tech club hier gar kein thema richtig geil leider warum kommt hier keine musik 6 euro von sebastian beherr ich kenne ich noch gar nicht ja reparieren hauptsache die kohle kommt rein ach hier repariert er ja ach hier repariert er ja das war aber knapp jetzt hier mit dem scannen wenn er die benji nochmal rumgedreht hätte ja dann auch noch proxipanzer hier kein problem aber jetzt kommt hier schon wieder die army angefahren stemmen und hau auf den pauke hier mach doch hier helf doch mal ah denkt er sich alles mit seiner zeit ich muss erst mal in den cc wegfliegen hier hier ist ein stv bei los reparieren da ist noch ein stv zwischen hier wbf ach jetzt explodiert die scheiße auch noch so droppe ich dir einfach mal rüber der hirnmixer kriegt ja wieder ordentlich neue units in die bude gestellt ja dominant wie der deluxe hier spielt das würde ich einfach noch mal einen männerz jetzt hier hinbauen gar weil ich es kann hier wird weg frei gemacht und vorne geht es auch noch mal rein der panzer hier kein problem was macht er mit fünf star ports hier benjis will er bauen ah die teuren depots erstmal abgerissen bauverbot ah klug er macht doch nix das kenn ich einfach denkt er sich genau ja da kriegt er ordentlich da fährt er gar nichts mehr ein ja spiel ich heute noch fifa ja ich spiele ja noch fifa aber erstmal gucken wir noch ein bisschen action hier ja hier die units machen sich auch auf den weg haben sich jetzt hier durch die mauer geschossen zwei panzer retten die nochmal so ein bisschen was ja die weg kaputt gemacht nicht schlecht aber aber da kommen schon die nächsten jungs mein gesicht wird immer runter ich habe fünf kilo abgenommen man sieht nur so aus weil die haare kurz sind und ich hier unrasiert bin so neue units braucht das land vor zwei drei vor drei wochen habe ich noch 95 kilo gewogen jetzt bin ich 91 ja gut ich habe vier kilo abgenommen aber trotzdem ich habe abgenommen durch die scheißerei ja totale zerberstung jetzt müsst ihr hier auch nochmal los rennen und los stimmen und das hier auch und dann komplett jetzt da nicht um von deluxe hirnmixer keine chance kein income hier drüben rauscht es auch letzte benji kaputt kein cc mehr hier vorne eigentlich doch nochmal zwei benjis aber die reichen halt nicht mehr 19 supply alter scheiße jetzt könnte vielleicht hier noch auch schon ausgeklappt haben hier könnten schon stvs stehen aber das lassen wir mal denn er macht das ja gut zwei panzer zwei benjis er hat keine cv mehr um den cc zu bauen ja well played sagt der hirnmixer dem kann ich nichts mehr hinzufügen deluxe gefällt mir sehr sehr gut hier aus der community wunderschön gespielt auf wiedersehen auf wiedersehen auf wiedersehen